Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted Drake's Schicksal und wir machen hier wieder weiter. Hier haben wir in den letzten Fall aufgehört und hier mal gucken was wir uns hier so erwartet. Wir hatten in den letzten Fall schon ein krasses Rätsel mit den Statuen und hier sind wir halt jetzt angekommen. Ja gut ähm ja. Wo müssen wir lang? Können wir da rüber? Wie hier? Nein! Boah! Das geht schon mal nicht, also muss ich rüber springen. Okay gut, das ist gut zu wissen. Und spring! Ne, auch nicht. Hä? Wir kommen schon da rüber? Hä? Warte mal. Hä? Okay. Okay, das war, äh, irgendwie geplant, aber auch nicht. Okay. Hätte ich ahnen können, dass ich da hin muss. Komm schon. Lass mich mal hier rüber. Und springen. Oh, okay. Das war jetzt gut. Okay, jetzt geht wieder los. So, kommt Leute, kommt Leute. Könnt alle. Hä? Hä, lol. Komm schon. Okay, das down. Sehr gut. klappt doch einfach irgendwie position immer mal und hier durch sehr gut ist schnell darüber ist jetzt kommen wir gut durch leute mal schauen was uns hier oben erwartet ich bin echt gespannt viele gegner erwarten uns hier wo eigentlich das sind ja eigentlich nur drei das war's nein shit ok na bitte aufpassen wo ist noch einer komm raus ja klar trifft er ihn nicht klar trifft er ihn nicht ok wo ist der andere da komm raus ok hab ihn hab ihn hab ihn ist nur der typ da vorne typen da vorne ohoh 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 das war knapp sehr gut kommt schon noch der O sehr gut weiter geht's ich bin moment da war doch was es ist okay zwei glocken vollkommen im Einklang das ist was klappt ich glaube ich weiß wo in die fährt wenn ich sie aufkriege wir haben hier erstmal ein bisschen Munition ein das ist auch eine Glocke wofür die jetzt da ist was ist das in einer Harmonie ist hier noch eine Glocke oder nur die zwei das weiß ich gerade gar nicht warte mal ich glaube ich habe eine idee gucken wir nochmal genau so dann ist glaube das war da genau oder da sind die Bilder irgendwas der Marsch hier hat irgendwas falsch die sind gerade ich habe jetzt keine Ahnung was hier machen soll noch eine Glocke nee ich bin jetzt echt auf einen Schlauch gerade was sind denn diese Glocke keine Ahnung keine Ahnung hier spielt auch nix okay ich stehe jetzt schon auf den Schlauch okay ja effekte Harmonie ich weiß ich stehe jetzt nix ah okay Prozent okay gelbte es zu sagen um es können was gemacht haben solche mit drauf schießen oder wie war das jetzt gemacht ich habe jetzt wirklich gar keine Ahnung es war jetzt einfach nur Glück alles was wir wissen müssen steht genau hier diesen Kinderspiel wie zum Teufel will er die Statue gehen mal runter aber wie gesagt es war wirklich Glück Glück es ist hier irgendwas wir haben hier was einsammeln halt da okay ich bin das stößt ne gut klar sind die Gegner wie sie auch nischt leute wie sie auch nischt sehr gut sehr gut munition nehmen lieber die hier Okay, da ist noch einer. Noch einer, sehr gut. Schön, Munition einsammeln. Ist immer praktisch. Aber jetzt wo lang? Steck mal hier lang. Genau, hier lang. Ja. Nicht drunter fallen. Wer ist echt praktisch. So, einmal hier rüber. Läuft doch gerade. Das Schwiegste war jetzt hier so ein Glockenrätseln. Aber... Hab zwar jetzt nicht so verstanden, was ich jetzt da machen sollte, aber... Ja. Ich kann nur schwer glauben, dass ein Mann ihre ganze Besatzung auslöscht. Es ist nicht nur Drake. Verdammt. Ich sage Ihnen, die Sehnsäße ist verflucht. Genug. Nehmen Sie Ihr Piratenpack und gehen Sie. Nein, Sie werden mich nicht los. Sie schulden mir meinen Anteil. Ihr Anteil, Eddie, hing davon ab, dass Sie meine Befehle befolgen. Sie sagten, Drake sei gefangen und die Insel sicher. Oh, das ist Blödsinn, Roman. Und das wissen Sie! Wir sind fertig, Mr. Roger. Warum haben Sie noch mal diesen abergläubischen Trottel angeheuert? Sie wollten jemand Billiges. Tja, man kriegt, was man bezahlt, nicht wahr? Und was ist mit dir, Navarro? Bist du das Geld wert, was ich zahle? Das Lager ist hier. Ich bin sicher. Wenn Sullivan die Wahrheit sagt... Was er nie tut. Aber er weiß, dass wir ihn töten, wenn er lügt. Blödsinn. Er weiß, dass wir ihn töten, wenn wir den Schatz finden. Also warum sollte er die Wahrheit sagen? Wirklich, Navarro. Dein Verstand scheint noch in dem Slum zu sein, aus dem du gekrochen bist. Ich brauche nur etwas Zeit. Die Jagd nach deinem Schatz erweist sich als schwieriger, als er wert sein darf. Ich sage Ihnen doch, Eldorado ist mehr wert, als sie sich jemals vorstellen können. Das will ich hoffen. Okay. Und der alte Kumpel ist wieder da gewesen. Äh. Da müssen wir lang. Oder? Nee. Warte mal. Da sind wir doch hell gekommen. Wir sind jetzt da lang. Okay. Wir müssen das gerade alles... Äh. Hallo? Clash aus. Sehr gut. Da lang. Da waren wir hier schon. Nee. Oder? Hä? Wo ist... Okay, ich habe gerade Orientierungsprobleme. Oder auch nichts. Wir sind doch erst durch. Okay. Wollte schon sagen, dass sie mir jetzt richtig ist, sie mir jetzt falsch. Sie sind richtig. Kapitel 15. Der Schatz auf der Spur. Sehr cool. Sind wir ja schon wieder im nächsten Kapitel. Hm. Und wie kommen wir jetzt da durch? Auch schießen? Nein. Okay. Hm. Jetzt müssen wir glaube ich erst mal links lang. Also rastet lang. So. Gehen wir hier hoch. Oder hier ist auch nichts. Gehen wir da lang. Das ist auch okay. Ich bin gerade erst noch mehr verwirrt. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Oh, es ist halt noch da. Gibt es hier irgendwas, was ich auch schießen kann? Ich habe keine Ahnung. Die Tür geht nicht auf. Aber ich bin hier richtig, das weiß ich. Gut, ich komme da glaube ich eher auch nicht mehr zurück. Aber dennoch. Äh. Ah. Okay, da war irgendwie gerade ein W. Achso. Seiler, da komme ich nicht hoch. Das hat mir nämlich was gebracht. Ah, hier. Natürlich bringt das mir jetzt nichts. Komm schon. Einfach nur hoch. Ach, klasse. Okay. Nee, geht nicht. Keine Chance. Hä? Du musst doch einen Weg geben nach oben. Hm. Da geht es nicht hoch. Ah, aber hier. Okay, ich habe es. Ich habe es gefunden. Sehr gut. Hat es ein bisschen gedauert, aber wir haben es. Sehr gut. Das ist jetzt noch links. Und nochmal. Oh, läuft doch jetzt. Wenn man weiß, wo man hin muss, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Sehr gut. Oh, es geht schon wieder los. Oh, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Oh, es geht schon wieder los. Da lang oder da lang? Nein. Da lang. Da sind nicht vier Schüsse. Oh, oh, oh. Nein. Okay. Das war klar. Sehr gut. Da ist aber noch einer. Okay, gut, 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 gut. Läuft doch ganz gut. Ja, Sally, ich drehe mich hier im Kreis. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Glaub schon. Ja. In Ordnung. Gib uns Bescheid, wenn du etwas findest. Okay. Wir müssen hier lang. Denke ich mal. Okay. 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 Denke ich mal, dass ich mich hier lang muss. Das sieht nämlich auch so aus wie eine Kirsche. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich muss zur Kirsche, das weiß ich. Aber wo ist denn hier eine Kirsche? Gibt es aber keine Karte oder so. Die ich kurz mal benutzen könnte. Äh, der ist da lang. Nein, okay. Die haben das zerstört. Na krass, aber wo muss denn hin? Muss ja hier denn eine Kirsche sein. Hm. Keine Ahnung, wo hier eine Kirsche sein soll. Hm. Ich bin echt verwirrt. Hier ist auch nichts. Vielleicht da vorne. Vielleicht da vorne. Da bin ich hierher gekommen. Ich bin doch hierher gekommen. Hä. Okay. Okay. Ich hab jetzt echt keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich würde auch keinen Tipp oder so, wo ich hin gehen muss. Irgendwas gesagt mit einer Kirsche. Aber wo ist denn hier eine Kirsche? Und wo ist der Weg zur Kirsche? Ich hab jetzt das doch nur wüsste. Wer ist da vorne? Ich hab hier. Das muss jetzt irgendwie wieder hoch. Ich hab keinen Plan, Leute. Kein Plan. Aber probieren wir's mal. Wir probieren's einfach mal. Wenn ich war, ist es halt im nächsten Part dann... Mal gucken. Sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Hab ja noch ein bisschen Zeit. So. Sehr gut, hab's. Oh, das war knapp. Genau, hier waren wir nämlich mal. Wo ist denn der Weg zur Kirsche? Oh. Ich hab keine Ahnung, Leute, wo es hier zur Kirsche gehen soll. Wo geht's denn hier nur zur Kirsche? Ich leck mal da rüber, aber... Wo kommst du denn da rüber? Gibt's denn den anderen Weg noch? Oh. Ich dachte mir ja her. Hm. Ich hab keine Ahnung, Leute. Deswegen... Ich würd's einfach sagen, ich beende hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part suchen wir uns mal die Kirsche. Und ja, wenn's euch gefallen, Leute, könnt ihr gerne einen Daumen umgeben. Und bis zum nächsten Mal von... Anschaltet Drake Schicksal. Von Soldiers 95. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.